Ich meine, das ist ein stücklicher Ort, dass dies in den vielen Ausgaufer von der Familie Koch bei der Konstruktion arbeitet, danach nie mehr den Kontakt zu ihm zu tun hat. Nach einem Einbruch in das Gentechnik-Institut kommt es in eine Freude von Franz Koch. Die Soko verdächtigt sowohl seine Frau als auch Sohn Konstantin und Renate Popper. Die Soko verdächtigt sowohl seine Frau als auch so. Die Soko verdächtigt sowohl seine Frau als auch so. Die Soko verdächtigt sowohl seine Frau als auch so. Die Soko verdächtigt sowohl seine Frau als auch so. Jack, lässt du bitte den Ball heil? Jack, nicht den Ball kaputt machen! Oh, du bist so gemein, das ist Carlys Ball. Wir haben es hier mit verschiedenen Forschungsprojekten zu tun, zum Beispiel mit dem Mann genügend Projekten, die war Dr. Alexander Schwenker, aus dem Jahr 2000. Und nun folgt der Programm, der sich über den Schwenker umgelegt ist. Wir sind hier, das ist ein Video, das ist spannend. Jack, warum machst du ihn kaputt? Das ist ein Video, das ist ein Video, das ist ein Video. Das ist ein Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte nicht, dass du den kaputt machst. Zack. Zack. So, ich möchte das nicht. Du bist ein Zerstörer. So, ich möchte das nicht. So, ich möchte das Licht kaputt machen. Oh, ich hasse es. So, ich möchte das nicht. 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 Das erste Mal versucht, ihn mehrmals telefonisch zu erreichen, dann schiebt er jemand wachs. Aber es ist halt mal gut, dann sieht er aus. Das ist halt mal gut.